Willkommen zu Hollywood Hi, ich meine noch vorgehen So ein bisschen tanken, aber ich muss aufpassen, weil ich hab jetzt Oh shit Gehen wir mal hier auf Seite Das ist nicht gut hier gerade Ich glaub, der Rainer ist hinter mir, oder? Hi Ich muss unbedingt auf den Punkt Holy shit, mein Elm ist gerade on fire Ne, ich glaub das wird nix So Das hat keinen Sinn, wenn ich hier Roadhog Spiel Dafür bin ich gerade zu schlecht und mein Team braucht Dafür einen anständigen Tank, also switch ich lieber um auf Zarya Ich denke Und schätze, dass ich damit mehr machen kann Von daher sollte das Dann doch ganz gut sein So, oh nein Das ist ärgerlich Und Let's go Vielleicht schaffen wir es jetzt mal gegen den Genji zu gewinnen, wer weiß Macht schon wieder Spaß, die Runde hier Hat lang mal wieder gespielt Und direkt das hier Macht auf jeden Fall Spaß Müssen wir auf Seite So Versuch mal ihn hier ein bisschen Ja Sehr schön, Winston Komm Ich kann ihn shielden So ist es nicht Aber jetzt Jetzt ist es schon besser Hier Jetzt haben wir, glaub ich, ein gutes Team Fast ein bisschen mehr Ach, das ist nicht wahr Da hab ich so schlecht gamed Komm Wo ist er denn Komm Boxen wir den mal Holy Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein Das war so knapp Und Komm Das ist sehr schön Jetzt haben wir ein gutes Team Das ist schön Weil es gerade Man muss noch sagen Das war auch ein Missplay von mir Ich hätte da das Schild besser machen sollen Damit der Genji nicht So gut ultien kann Aber das ist Wird das von Anfang an gespielt Wäre es auf jeden Fall Ein bisschen angenehmer gewesen Fuck, alter, der Speed Warum blockt der Saria Hilfe Hoi Ich hab gleich Ulti-Bikes So Äh, ups Ich wollte nicht sagen, dass Schilling braucht Hier, machst du das gut Merci, sorry Alles gut Das letzte, über das ich mich hier beschweren will Sind die Heals Oh Was ist denn hier los Gehen wir mal hier rein So Let's go, guys Und War das ein Scheiß, Holti Oder war das ein Scheiß, Holti So Ah, es war dann doch nochmal Loll, der Lucio hat zwei Stück bekommen Das ist irgendwie lustig Ich kann nur gerade nicht lachen Weil ich die Leute töten muss So Back mit denen Holy shit Wie wir die jetzt kriegen Jetzt kann der Genji auch nichts mehr machen Der kann mir mal den Schwanz lutschen Den Schwanni Komm her Come on go Hoi Oh Gib mir die Sex Hier Bonobos Und Ich geh mal ein bisschen zurück Findet ihr das gerade auch irgendwie so hell Ups Irgendwie Okay, ich hab das seit ein paar Seit wann hab ich das denn Seit einer Woche ungefähr Da hab ich auch schon mal gedacht So Ist ein bisschen hell Okay, da brauch ich jetzt erstmal Ich kipp mal Ich kipp mal unserem Tank Das Shield Wegen der Stacks Oh nein Jetzt hab ich's natürlich nicht mehr für Mercy Komm her Hi Und Wen auch immer da Schielen Achtung Was macht den Winston Warum ist das erfolgreich Ich find's geil Und So Gib ich denn mal das Shield Griny De Deini Wohinny Was denn wenn ich das so nach oben schieße Hi Okay Okay, gehen wir mal zurück Zu den Heilern Oh, jetzt sind die auf zu schießen Ich bleib immer überall hängen Ich glaub ich bin Gott da drin Seien wir mal ehrlich Ist das unsere Farrah Dern? Dern, okay Oh Wie geil das aussah Das sah richtig sick aus Hi Ein Shield für dich Ich hab Ulti Boys So Aber damit warten wir noch Oh Der Farrah M Sehr schön Ich könnte jetzt Ah, ich will noch nicht Ulti'n Lohnt sich nicht für zwei Wenn wir den Payload hier haben Ich sag das Ready ist Let's go Sehr schön Komm Guys Das macht ihr sau schön Ich geb ihm mal das Shield kurz Er auch Also ich hab immer noch Ulti Ich weiß nicht, ob von da wer kommt Sieht nicht so aus Dann können wir gleich Ulti'n Und Gehen wir mal auf sie hier oben Ah, das Egal, ich hab Ulti Dann warten wir noch Bis hier alles weg ist Und Jetzt Let's go Ihr Wichser Ey das Das war ein Ulti Oh Ich Ich bring mal einfach nur rum Oh Lucio, du bist ein Held Komm Back mit ihm Ich Ich Fuck Voll überfordert Mercy Ulti Wo bist du? Mist Ja Das war schön Bestört mich zwar, dass ich ein bisschen jetzt gemimimit hab, aber Ich hasse Genji Ich weiß auch nicht, was ich gegen ihn machen kann Egal in welcher Rolle Ich werd immer von ihm gefickt Ich bin so schlecht gegen Genji Let's go Guys Autsch Hier kannst du scheinen Erstmal dir ein paar Stacks geben Wir spielen Sombra Und gehen direkt mal hier durch Ich hoffe nur, dass die kein Turbion haben Das wär das einzige Was? Wow Dann hacken wir das mal Und gehen rein Was? Gehen wir mal auf sie Komm Die hätten wir kriegen müssen Und Weg hier Huh Und wieder Invisible rein So Ne Dann müssen wir weg Zack Wir gehen mal in Stealth Weil ich nicht weiß, ob die mich verfolgen Okay, wir bleiben erstmal hier Hat der mich gesehen? Oder amt der einfach nur wie retarded? Ah ne Der amt einfach nur auf den Lucio Okay, gehen wir wieder hier Oh oh Das war tricky Wir gehen mal Wir machen unser E am besten hier hin So So Und weg hier Fuck, er hat mich gesehen Guys, I'm here Oh shit Und gehackt die Bitch Jetzt kann sie nichts mehr machen Oh shit Oh fuck Die haben einen Reaper Rip So Wir haben netterweise mein Ulti Wenn jetzt der Soldier nicht sterben würde Dann könnte ich da schön rein Ich kann immer noch rein So ist es nicht Aber Es lohnt sich nicht Egal Machen wir trotzdem Hi Und den Hecken So Ja fuck Back mit ihm Und jetzt weg mit ihr Ah, ich bin noch Ah, er ist auch drin Nevermind Mit dem Soldier hätten wir es gehabt Ja, das ist ein bisschen blöd Ist nicht böse gemeint Aber es kann eigentlich nicht sein Dass der Soldier da so schnell stirbt Sehr schön Und gehen wir nochmal vor Da ist die Mercy Okay, wir gehen da hoch Fuck Oh Das ist nicht gut So Auf die Mercy Aber mein Aim ist sehr bad Oh Wie lange hat er das denn? Ja, das ist nicht gut Und Fuck Ich weiß nicht warum es so lange mit dem Hecken gedauert hat Ich hatte eigentlich Schon länger gedrückt Äh, ich Weiß nicht warum wir da reingegangen sind Ohne den Soldier Ich meine Ich bin vorne weggegangen Aber Nur weil zwei, drei andere Engaged sind Let's go Ich geh mal am besten von der Seite hier rein So Mal ein bisschen hier Rausschießen Ich brauch nämlich Ulti Okay, komm Jetzt noch einmal Und ich hab Ulti Und So Sehr schön Sehr schön, sehr schön Sie muss auf jeden Fall sterben Sie darf nicht rankommen Sehr schön Wer das auch immer war Rhodey Das war gut So, jetzt können wir vielleicht die Chance nutzen Dass sie nicht mehr Gedingst sind Ich hab Angst Gehen wir mal hoch Hey Hacken wir noch das da Und ab nach oben Was? Das war keine Absicht Hier wollte ich gar nicht hin Dann gehen wir mal hier lang Ich hab keine Ahnung Ich weiß nicht mal Ob er mich hier sieht Ehrlich gesagt Gehen wir Fuck Das war nicht gut So Back hier Mit dem Plays Was? Wie war sie nicht tot? Ach, komm Let's go, guys Ich hab gleich wieder Ulti Komm So Sehr schön Hier mal hacken Was? Wer ist das? Zenyatta? Ne Okay, go So Papaganda Usuales Das war sauschlecht Mein Ulti Das war ja gar keiner da Von meinem Team Und ich Ulti einfach Oh, das ist aber gut So Mehr kann ich grad nicht machen Und von hinten drauf Und wieder hacken Das war der falsche, glaub ich Not sure So Oh, da muss ich das treffen Das ist schlecht Das war schlecht Aber dann haben wir jetzt gleich schon gewonnen Ich geh mal ein bisschen vor So Komm Sehr schön Und Wo ist der nächste? Hi Und ihn hacken Und jetzt von hinten einfach drauf Fuck Ich muss hier rein Huh Ich hab Bald Ulti Leute Ja, ich muss hier weg Und hoch Lol Huh, ich bin Genius Deswegen bin ich Sombra Main Kappa Ich hab Ulti Leute Ich sollte von oben gehen Weil das Problem ist ja beim Stealth Mit dem Delay So Gehen wir mal hier auch So Und Papaganda Lear Useless Da muss ich natürlich die Mercy jetzt kriegen Das kann nicht sein Vielleicht da Sie nicht kriege Das ist schlecht von mir Ähm Ja Das war's Versteh ich nicht ganz Warum wir das nicht bekommen haben Also davon abgesehen Dass ich die Mercy Nicht gekillt hab Fand ich das trotzdem ein gutes Ulti Da war mindestens die Pharah Die Mercy Und noch irgendwer unten auf dem Boden drin Finde ich ein bisschen Schade Dass wir es nicht geschafft haben Aber es war ein gutes Match Es war Jetzt nicht Voll skillvoll oder so Aber es war mal ein spannendes Match Und das ist auf jeden Fall schön Den ersten Punkt Hätten wir den schneller bekommen Stimmt der Double Kill Ne Das ist doch nicht Deswegen hasse ich Lucio Aber er macht das nice Respekt Hat er gut gemacht Ne aber Ähm Hätten wir den ersten Punkt schneller bekommen Dann hätten wir es glaube ich gewonnen Na gut Wie dem auch sei Ich bedanke mich fürs zugucken Leute Vielen lieben Dank Bis zum nächsten Mal Tschüss